Musik Hi und willkommen bei mir, Nurchi Nummer 1 Ich habe euch einen kleinen tollen Glitch, wie ihr in der Garage mit euren Autos fahren könnt Und zwar funktioniert es wie folgt Ihr benötigt dieses Fahrzeug, was hier sich im Hintergrund befindet Dieses müsst ihr euch auf der Straße suchen Ich zeige euch eben mal das Fahrzeug, indem ich einmal drum rum gehe Dieses Fahrzeug ist speziell, denn es hat diese Aufbauten und Inhalte auf der Rückbank Wenn diese Mechaniker in der Stadt rumfahren Ihr seht auch an der Türe, dass da ein extra Emblem drauf ist Und auf der hinteren Britsche seht ihr diese Eimer und Handwerkszeug Dieses Fahrzeug und kein anderes braucht ihr für diesen Glitch Das Fahrzeug findet ihr an dieser Location, wo sich die Apartments ohne Einfahranimation befinden Oder hier hinten hinter dem Eclipse Tower Habt ihr euch dieses Fahrzeug besorgt, steigt ihr ein und fahrt in euer Apartment Wo mindestens ein freier Stellplatz vorhanden sein muss Sie darf nicht voll sein Ein Platz muss frei sein für dieses Fahrzeug In der Garage angekommen, steigt ihr jetzt in irgendein Fahrzeug eurer Wahl Und wenn ihr eingestiegen seid, tretet ihr aufs Gas Und ihr seht, dass ihr in der Garage fahren könnt Und das könnt ihr nicht nur mit diesem Fahrzeug machen Sondern mit jedem Fahrzeug in eurer Garage Das heißt, ihr könnt aussteigen und in ein anderes Fahrzeug einsteigen Ich zeig das eben mal hier An dem Lurchi-Leichenwagen Danke nochmal an Rockstar, dass ihr das Auto Lurcher genannt habt Ich fühle mich immer noch geschmeichelt Vielen Dank Und ihr seht Jetzt könnt ihr in eurer Garage mal richtig Rambazamba machen Dieser Glitsch ist natürlich extrem geil Und wenn ihr keine Lust mehr habt auf den Glitsch Geht ihr einfach her und fahrt mit dem Fahrrad aus dem Apartment Oder bringt euch um Das war's von mir Euer Lurchi Nummer 1 Halloween Spezial Ich bin raus Macht's gut Bye Bye